Rost, Spalten, Korrosion. Der Glockenstuhl aus Stahl in der Kirche Maria Aufnahme in den Himmel zeigt schon so manche Alterserscheinungen. Höchste Zeit, dass er ersetzt wird. Üblicherweise werden Glockenstühle gekauft. In Daswang in der Oberpfalz ist das anders. Dort baut ihn Mesner Engelbert Seitz selbst. Er ist Schreiner und der Grund für seinen Einsatz liegt in seiner persönlichen Geschichte. Eine Vereinbarung mit dem lieben Gott, könnte man sagen. Ich habe viermal einen Schlaganfall gehabt und dann den Tumor. Das war auch noch bösartig. Und dann habe ich gesagt, wenn ich wieder arbeiten kann, dann mache ich das. Das werden wir schon irgendwie durchziehen. Ein fertiger Bock wiegt zwischen 600 und 700 Kilo. Fünf davon werden in Zukunft die Glocken in Daswang halten. Seitz hat extra einen kleinen Kran in seine Werkstatt gebaut, mit dem er die schweren Balken bewegen kann. Das Holz ist nicht irgendeines. Die Eichen stammen zum größten Teil aus dem eigenen Pfarrpfrundewald. Mehrere Jahre wurden sie gleich neben Seitz Werkstatt gelagert und getrocknet, bevor sie sich zur Weiterverarbeitung eigneten. Dass es auf Qualität und nicht auf Quantität ankommt, hat Seitz schon während seiner Schreinerausbildung im Maristenkloster in Furt bei Landshut gelernt. Das war der abwechslungsreiste Job, den ich jemals gehabt habe. Und vor allem auch der schönste. Weil da hat es doch gerade immer geheißen, Ehebettler oder Zeit, Hauptsache ist das, wenn es auch war. Genauso arbeitet er auch jetzt. Der Stuhl soll schließlich hunderte Jahre die Glocken in der Daswanger Kirche tragen. Pfarrer Peter Greff ist durch die Arbeit der Ehrenamtlichen einiges bewusst geworden. Das ist so eine große Arbeit, dass es jede Mühe lohnt, jeden Sicherheitscheck wirklich zu machen und jede Sicherheitsbegehung mitzumachen. Weil in so einem Glockenstuhl, da liegt so viel Herzblut und das sind Stunden und Herzblut und abgebrochene Bohrer und alles Mögliche, dass man, wenn es hier brennen würde, man würde wirklich laut schreien und man wäre traurig, wenn so eine gute ehrenamtliche Arbeit zunichte wäre. Ein Glockenstuhl aus Holz hat einige Vorteile. Er hält länger, kann nicht korrodieren und braucht nach den ersten Jahren keine Pflege mehr. Die Glocken in Daswang werden noch neue Klöppel bekommen. Bei einer Glocke muss ein Riss geschweißt werden. Die Kirchenglocken haben im Ort eine große Bedeutung. Ja, das hier ist unsere Totenglocke. Die dient als Information, wenn jemand gestorben ist, dann haben wir den Totenaushang an der Kirchentür angebracht und die Leute wissen dann, dass sie nachschauen, wer ist gestorben, wann ist die Beerdigung. Und diese Glocke ist besonders wichtig. Ich wünsche mir natürlich, dass sie nicht oft klingelt. Nicht nur der Glockenturm ist eine Baustelle, die gesamte Daswanger Kirche ist es. Rund ein Jahr soll die Generalsanierung dauern. Auch darin steckt viel ehrenamtliche Arbeit. Kirchenverwalter Georg Ferstl will das Erbe der Vorfahren bewahren und die Kirche erhalten. Ich bin ein Teufzwanger gebürtiger. Ich war schon als Ministrant erinnert. Und man muss sich auch engagieren, weil sonst, sage ich mal, bleibt die Kirche auf der Strecke, bleiben die Menschen auf der Strecke. Darum müssen wir alle ein wenig zusammenhalten und zusammenrücken. Und dann schaffen wir das alle. Während im Innenraum die ersten Schritte der Renovierung gemacht sind, ist in der Werkstatt des Mesners schon der erste Bock vollendet. Im Frühsommer soll der Glockenstuhl mit einem Kran auf den Kirchturm gehoben werden. Bis dahin ist noch einiges zu tun, damit die Glocken in Daswang die Gemeinde wieder rufen können.